Ihr ungebetenen Gäste! Verschwindet! Ihr seid hier nicht willkommen! Du begibst dich ungefragt in unsere Gefilde und bedrohst mich mit ner Waffe? Sie hat's nicht so gemeint. Sie sind friedlich. Sie wollen uns lediglich um Hilfe bitten. Ich werde mich doch nicht um die Angelegenheiten dieser Elfen kümmern, Simo. Du hättest sie nicht hierher lassen dürfen. Es wäre deine Aufgabe gewesen, sie fernzuhalten. Aber Mutter, sie tun uns nichts. Verschwindet von hier! Mutter, wenn du sie nicht anhörst, werde ich mit ihnen gehen. Was? Onshau hat gesagt, dass wir nicht zwischen ihnen und ihrem Sohn stehen sollten. Und er hofft, dass sie Simo nicht lange böse sein werden. Woher kannst du wissen, was er sagt? Sie kann mit den Einhörnern reden. Wir wollten etwas herausfinden über den... Was ist das denn? Ein wirksames Elixier, da bin ich sicher. Viel zu gefährlich, als dass es Elfen wie ihr mit sich rumschleppen sollten. Können sie uns helfen? Was suchst du denn hier? Oh, ich hatte gehofft, ihn bei der Arbeit zusehen zu dürfen. Sehen Sie, ich... Nun ja, ich habe auch ein Labor, wissen Sie? Ach ja? Hast du das? Ja, ich habe auch so etwas. Doch so eine Apparatur leider nicht. Wehe du, fasst was an! Oh, aber ich möchte Ihnen sogar helfen! Oh, herrje, Mist! Das war nicht hilfreich. Oh, Entschuldigung. Ich habe durchschaut, was Sie da tun und schlagen vor, dass Sie dieses Ding hier stattdessen benutzen. Es könnte den Prozess sogar beschleunigen. Ganz besonders, wenn Sie es so hier platzieren. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee, kleiner Pan. Mein Name ist Faddle.